Hallo und herzlich willkommen Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Together Survival wieder mit Tim und mir und Hannes und die sechste ich hab vergessen die Folge mitzuzählen aber irgendein Volk ist es und ja wir sind jetzt mittlerweile schon sehr weit wenn ihr wissen wollt was jetzt passiert ist schaut einfach die Video zuvor an das war jetzt eine schlaue Aussage ja das Alter der bewegt der Kopf so komisch das seht ihr ja hier im Video ich bewegt meinen Kopf komisch naja ist mir jetzt auch egal ja ja äh wir sind grad im Haus vor ja ich hab jetzt hier grad sehr viel ich hab jetzt grad zwölf Rohfleisch und sechs Leder ja was jetzt was jetzt was jetzt nicht so ganz toll ist aber dann würde ich das vielleicht mal ich hol noch schnell die ich bin grad auf Erkundungstouren dann hol noch ähm die nächste Nacht können wir überspringen solange wir soweit wir sicher ohne Monster schlafen können dann können wir die Nacht überspringen ja hol du mal Wolle ich hab schon nix Wolle ich hab schon 15 Wolle habt ihr schon einfach Wolle da ist noch die das da ist noch ein noch also ein Hymn habe ich bisher nur gesehen Abwurzettel und Hymn aber warum auch immer ich darf nicht sagen wir sind grad etwas beigwürdig das ist Entschuldigung was ist grad du ja das ist echt oh die Halsschmerzen schlagen wieder zu ich nehme gleich wie meine Medizin sind meine Medizin ich nehme sie jetzt so ich geh jetzt holzacken oh aber ich muss mich schnell zu dir botten warte doch ich kann nicht wo bist du Alter hast du was zum Essen warum weil ich sterbe grad am Hunger nickenbrot und Wasser äh da liegt ein Brot im Wasser du gehst hier nicht aus dem Wasser wenn irgendwas da hast du noch ein bisschen effekt dann kümmerst du dich aber um die weitere Essensbesorgung ja ja ich habe jetzt grad Fleisch dass ich jetzt an Braten füge ich war grad so schön dabei Erkundung zu haben oh volles Leben danke oh äh wir müssen dein Gehege mal bauen für ist hier irgendwo Kohle drin 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 Glaskohle das Glas ich tue das Glas mal in die Kiste ums Glas kümmerst du dich auf der Fall auf der Fall ist hier irgendwo für wo 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 ja dann sagt es ist übrigens ein kleine fleisch schweinefleisch ist ein gutes thema nicht schweinefleisch sondern hier vielleicht ist es ja du nimmst dich alles raus nein in echt ich weiß das ist das beste es macht auch gleich am meisten hungeraufladung ich hier sind sauviele schafe ich werde aber alle noch nur weil durch scheren bekommt man so ich weiß mehr oder ich weiß nicht ob mehr ja natürlich die schenken kommst du mir okay das musste ich nicht genau ich nehme sechs stecken sind noch sechs und packen das ist ja aufgeteilt ja dort habe ich keinen hunger und wenn schon ich bin weit zu hause entfernt da kann ich den ich war geil viele kühe die schlachten alle ab wo hast du das glas sind das glas achte okay er hat sich noch nicht so ich war ich spart auf eine schöne wie aber wir machen hause ähnliche unsere seite also ich habe erst meine boden aus dem holz ja macht ja machen wir so eine veranda auch wieder ja genau dann baut es gleich so baue das normale haus wir müssen zimmer plug-in rein tun haben wir gold ja zwei ich nehme jetzt mal ein ich mache mir eine gold scheiße hier sind auch viele kühe das wird nach können einmal tag machen bitte nein nur einmal nein warum denn nicht der tag nacht schicken kommt er wird nicht geschickt nein dann sterbe ich eben ja das ist ja in der oberfläche denn sachen die denn kaputt musst jetzt hat schnell zurückkommen ja ich weiß bloß nicht wo das ist ja das ist das problem und hier sind auch viele kürze was ich jetzt sehr gerne für uns auf die essen aber wenn das wenn es wir sind hier bei uns sind offen und ich werde nicht echt gleich sterben aber überliebe hast du kein schwer doch aber das ist gleich kaputt weil ich damit hier die kür schlachten und eigentlich was nicht auch damit bei mich ans müsst zu dir porten wenn ich fertig bin ja guter machen kannst du mich antworten weil ich habe dann einfach ist dann schulden dann zu dastehen und irgendwas im chat aber jetzt noch nicht ja ja ich weiß schon was ich noch mal kapiert ich hoffe ich war auch also bisher ja wenn du willst dann halt noch so viel fleisch hier gelassen natürlich muss man auch so viel brot noch haben recht lauf zurück solche sagen kakaobohnen mitbringen weil hier sind dschungel kannst du machen aber dann bringen auch dschungelholz mit im besten sense wobei ne ich geh dann halt irgendwann einfach mal weg und hol dir beim dschungelholz das ist ein creeper fach war es knapp schade was ich bin leider gerade in luft gegangen habe ich noch zum essen dabei Mist aber dafür habe ich jetzt auch ein bisschen was dann können wir uns vielleicht eine rüstung bauen so kack auf die kühe eigentlich hätte ich schon gerne mal mitgenommen aber kack drauf einfach mal egal boah ich muss ich noch mal mitgenommen das krass alter ich bin noch mal raus du hast schon du hast doch nicht wie schlimm ist du so porten bitte porten bitte also du kannst mir nieser holz merken nein jammer nicht rum es ist nacht aber wir dir da sogar sinnvoll ja man nicht rum ich habe es nicht gebracht und zwar sehr 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 viel 51 das ist schwedig hast du holz ich hab kein dschungel hat wir haben schon ein bisschen nix und einmal hier es sind Prozent so ab jetzt und 30 Wolle ich frage wie das wäre wenn die Fakten noch geschätzt wo werden einfach Notlösung jetzt müssen sie nicht lassen er hätte ich dachte das ist in der ersten Stiftung und einmal ich glaube ich mache jetzt das Wort das Wort und sieben er kommt langsam auch gut morgen ich weiß nicht ob ich das gemacht habe was denn? mit dem Finger und dann immerhin weiter steht ja irgendwie in der Nähe von mir hat er auch schon getroffen? nein Entschuldigung dass ich das so ein bisschen übertreiben muss aber ich brauche echt zwei Schwerter warum? weil ich gehe heute wieder auf riesige Tour wohin? ja wie in den riesigen Weiten Sticks nach ich da Leder nach ich da Wolle nach ich da Bogen ja dann ist das halt weg von uns ach nee hast du ja jetzt Windelze? nein noch nicht ach genau Schwerping ich habe zwei Dschungel Leaves dabei wenn wir Glück haben kommt ein Zeppelin raus oh wir hatten zweimal leider kein Glück so Kakaobohnen habe ich eins Lilianen Seeds kommt wieder rein packeln brauche ich jetzt nicht oben aber Ach wahnsinn de repe Crown also ernsthaft ich rede dann jetzt immer immer ich laber einfach nicht mehr so viel in dem Fall das oder ich mache so bin wir da aber wir haben schon zwei Minuten danke für es zu schauen ob ich ja nicht das wieder heißt das im Einkauf von sich als Tätigkeitschüß Bis zum nächsten Mal.